Glück auf Schalker und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Am Samstag ist es soweit, unser Topspiel gegen den HSV steht vor der Tür und ich persönlich freue mich sehr darauf. Heute gibt es ja auch dann die Pressekonferenz mit Karel Gerrads um 13.30 Uhr und auch hier auf Schalke Insight haben wir einige Themen zu besprechen. Es gibt nämlich ein sehr interessantes Transfergerücht um Matusch Kvet als möglicher neuer Rechtsverteidiger bei uns und ansonsten gibt es auch neue News rund um Darko Sholinov. Wir reden auch heute nochmal über Soichiro Kuzuki, denn der spielt ja nun vorerst für die U23 und auch rund um Paul Seguin gab es nun mal wieder sehr interessante Aussagen von seinem Vater. Somit sind das also heute mal unsere Programmpunkte hier auf Schalke Insight und jetzt gehen wir rein in die aktuellen S04 News. Starten wir erstmal mit der Geschichte rund um Paul Seguin, denn dort hat sich sein Vater Wolfgang Seguin nun nochmal gegenüber der Bild-Zeitung geäußert. Denn Wolfgang Seguin ist ja Ikone vom 1. FC Magdeburg und hat ja bei uns in der Hinrunde durchaus für Aufregung gesorgt, als er unseren ehemaligen Trainer Thomas Reis kritisierte und auch dann die Reise mit seiner Familie zu unserem Heimspiel gegen Magdeburg abgesagt hat. Dazu hat er ja damals folgendes gesagt. Die sportliche Situation auf Schalke und das, was da im Moment mit unserem Sohn passiert, regt meine Frau zu sehr auf. Man hat ihn als zentralen Mittelfeldspieler geholt, ihn aber auf der Außenbahn eingesetzt. Und diese Aussagen haben ja durchaus für Diskussionen gesorgt, denn Paul Seguin wurde eigentlich, glaube ich, unter Thomas Reis einmal auf der Außenbahn eingesetzt gegen Holstein Kiel. Das hat auch überhaupt nicht funktioniert, aber bedingt durch die Aussagen von seinem Vater wurde er wohl auch durchaus innerhalb der Mannschaft ein bisschen damit aufgezogen. Thomas Reis hat an unserer Mannschaft gesagt, man soll sich von solchen Störgeräuschen nicht beeinflussen lassen. Aber auch rund um den Klub wurde er wohl auf der Bild-Zeitung getuschelt, dass Wolfgang Seguin damit den Abschied von seinem Sohn einleiten wolle. Es war ja ein großes Thema bei uns, generell auch Aussagen von Väter, von Onkeln in der jüngeren Vergangenheit haben ja oftmals nicht ganz so gut funktioniert. Und jetzt hat sich Wolfgang Seguin nochmal gegenüber der Bild-Zeitung geäußert, um mit dem Thema mal endgültig aufzuräumen. Was der Familie sehr wehgetan hat, waren die Gerüchte, dass Paul den Verein verlassen will. Ich sage es deshalb nochmal ganz klar, davon war nie die Rede. Sprich, Paul Seguin wollte Schalke auch gar nicht verlassen, zumindest laut den Aussagen seines Vaters, auch nicht während der schwierigen Phase. Mittlerweile hat sich natürlich auch die Sichtweise generell verändert. Unter Karel Gerrads ist er ein sehr wichtiger Bestandteil als zentraler Mittelfeldspieler. Unser neuer Trainer hat sich Seguin auch in den vergangenen Wochen immer wieder zur Seite genommen, ihm Mut zugesprochen, ihm aufgezeigt, was er kann und was er vielleicht eben auch noch verbessern könnte. Und es hat ja eben auch gut funktioniert. Seguin ist nun in der Rückrunde auch ganz klar eingeplant. Und sein Vater hat sich auch dazu nochmal geäußert. Er spielt unter den neuen Trainer, spürt das Vertrauen und er möchte dieses Vertrauen zurückzahlen. Paul hat sich für Schalke entschieden, weil der Verein eine große Tradition hat. Er überzeugt davon war, dass man zusammen Erfolg haben kann. Und davon ist er immer noch fest überzeugt. Und ich denke mal, damit sollte das ganze Thema Paul Seguin und die Aussagen von seinem Vater endgültig abgehakt sein. Es ist sicherlich gut zu hören, dass jetzt auf jeden Fall alles so passt, wie es ist. Ich hoffe auf jeden Fall, dass eben auch Paul Seguin mit seinen Leistungen vorangehen wird. Denn in der Hinrunde lag es sicherlich auch nicht nur an Thomas Reis, warum Seguin nicht funktioniert, sondern sicherlich auch am Spieler selbst. Und da muss er sich sicherlich auch kritisch hinterfragen. Hat er möglicherweise aber auch gemacht. Unter Karel Gerrads funktioniert er deutlich besser. Und ich denke mal, wir alle, seinen Vater mit eingeschlossen, wären jetzt sicherlich froh, wenn es solche Aussagen nicht mehr geben wird. Er Leistungen bringt und alle eben damit auch happy sein werden. Einer, der aktuell möglicherweise nicht ganz so happy ist, ist möglicherweise Soichiro Kuzuki. Er ist ja vor einem guten Jahr seinem Bundesliga-Debüt gekommen bei uns gegen Eintracht Frankfurt. Und obwohl wir auch dann die ersten zwei Spiele im neuen Jahr gegen Frankfurt und Leipzig deutlich verloren haben, war ja Soichiro Kuzuki ein Spieler, der durchaus Mut gemacht hat. Thomas Reis hat ihn ja damals aus der U23 hochgezogen. Dort hat er ja zuvor richtig starke Leistungen gezeigt, um eben eine Weidtrop-Zone auf dem Flügel zu haben. Und Kuzuki hat sich ja auch sehr, sehr schnell bei uns Fans durchaus auch in die Herzen gespielt. Danach gab es ja die Verletzung. Er konnte dann während der Rückrunde nicht mehr mitwirken, aber bedingt durch die guten Eindrücke in der Bundesliga, war ja bei vielen die Hoffnung groß, dass Kuzuki nun in der zweiten Bundesliga zu einem wichtigen Spieler werden kann. Bereits in der Sommervorbereitung gab es ja eine gewisse Kritik von Thomas Reis oder gewisse Zweifel daran, ob das wirklich so funktioniert. Der eigentliche Plan war ja damals schon, Kuzuki zu U23 zu schicken, damit er da einfach Spiele machen kann. Aber bedingt durch ein ganz gutes Testspiel war das dann doch nicht mehr der Plan und Kuzuki war ja auch erst mal im Profikader mit dabei. In Summe hat er eine Hinrunde, aber trotzdem gerade mal fünfmal gespielt. Ich glaube, ein Einsatz davon war in der Startelf viel mehr eben auch nicht. Und wirklich überzeugend waren seine Leistungen ja auch nicht. Und nun, nach dem Trainingslager ist auch die Entscheidung gefallen, dass Seuchiro Kuzuki vorerst für die U23 auflaufen wird und somit erst mal kein Teil mehr vom Profikader ist. Auch im Training war er in dieser Woche zu Beginn nicht mit dabei. Er soll in der Regionalliga wieder regelmäßige Spielpraxis sammeln und eben auch vor allen Dingen neues Selbstvertrauen bekommen. Denn auch das war sicherlich ein Thema, was Seuchiro Kuzuki gefehlt hat. Bereits gestern kam er dann auch oder war er im Kader bei der U23 im Testspiel gegen Fortuna Köln. Und Gerhard Asamor, unser Leiter Lizenz, hat sich dazu nochmal geäußert und findet es auf jeden Fall schade, dass diese Entscheidung nun getroffen werden musste. Es ist wirklich schade. Er war in seinen ersten Spielen in der Bundesliga wirklich stark. Doch nach seiner Verletzung ist er nie wirklich reingekommen. Und natürlich kam es jetzt auch noch hinzu, dass natürlich die Position von Seuchiro Kuzuki als typischer Flügelspieler gar nicht mehr wirklich vorhanden ist. Dadurch war es umso schwieriger, unter Karre Gerhards Einsatzminuten zu bekommen. Und generell hat es aber halt auch einfach in der aktuellen 2. Liga-Saison rein von seinen Leistungen her nicht gereicht. Ich denke mal, eine Ausleihe könnte immer noch durchaus interessant für uns sein. Vielleicht in der 3. Liga sollte es dort Interessenten geben. Ansonsten lässt er Jakob Fimpel bei der U23 wirklich guten offensiven Fußball spielen. Auch das kann sicherlich erstmal ein ganz guter Zwischenschritt sein. Aber ich finde es auch durchaus richtig, jetzt hier mal zumindest vorerst eine Linie zu ziehen. Heißt, dass Kuzuki wirklich sich voll und ganz auf die U23 fokussieren kann. Dort erstmal Leistungen zu bringen, Selbstvertrauen zu sammeln. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch der richtige Weg. Und wie gesagt, gestern war eben auch Kuzuki Teil vom U23-Aufgebot. Kurze Info dazu, auch Marius Müller war gestern dabei im Testspiel der U23. Konnte endlich wieder ein Spiel absolvieren. Und ist somit auch auf dem richtigen Weg. Auf dem richtigen Weg hoffen wir zumindest auch transfertechnisch zu sein. Vor allem ja, wir Fans hoffen sehr stark, dass vielleicht noch ein bis zwei neue Spieler zu uns kommen werden. Und der Plan ist ja auch durchaus auf Schalke da. Man sucht nach einem offensiv starken Rechtsverteidiger, aber auch nach einem flexiblen Offensivspieler. Und da wird ja immer und immer wieder Darko Sholinov gehandelt. Und da gibt es nun von verschiedenen Quellen sehr interessante neue Berichte. Denn laut Sky, das ist ein Bericht von vor gut zwei Tagen, gibt es bei Sholinov immer noch keinen Fortschritt. Gestern war dann Sky-Reporter Dirk Große-Schlamann zu Gast im Podcast von 1000 Freunde. Und auch da gab es nochmal ein kleines Update zu Sholinov. Und es wurde dort gesagt, dass Stand heute, sprich Stand gestern, Schalke immer noch kein Angebot für Darko Sholinov im FC Burnley abgegeben hat. Sprich, das deckt sich durchaus mit den Informationen, die ja auch sein Berater mit ESA vor einigen Tagen öffentlich gemacht hat. Dass auf jeden Fall das Interesse da ist, dass Sholinov gerne zu Schalke zurückkehren würde. Aber es warum auch immer, immer noch kein konkretes Angebot von Schalke gibt. Und eine kurze Erklärung, warum man vielleicht auch rund um Darko Sholinov so viele News hört, gab es dann auch nochmal seitens von Sky. Denn dass man eben viele News zu ihm hört, liegt auch einfach daran, dass sein Berater sehr umtriebig ist und logischerweise eben auch einen neuen Klub für Sholinov sucht. Denn er darf ja Burnley auf jeden Fall verlassen. Es gab aber auch währenddessen gestern eine Information aus Nordmazedonien vom Portal Ekipa. Das ist dort beheimatet. Sprich, die haben sicherlich auch ganz gute Quellen, wenn es um nordmazedonische Spieler geht. Und das ist ja Darko Sholinov. Und die wiederum haben gestern berichtet, dass Sholinov kurz vor einer Rückkehr zu Schalke 04 stehen würde und sich die Verhandlungen in der Endphase befinden. Bereits in dieser Woche wird seine Rückkehr zu Schalke erwartet. Und das waren eben dann wiederum die Medienberichte aus Nordmazedonien. Da kann jetzt jeder von euch selber beurteilen, inwiefern man dem mehr Glauben schenken will als zum Beispiel Sky oder weniger Glauben schenken will. Ich finde, die ganze Geschichte um Darko Sholinov ist wirklich nur noch ein einziges Rätselraten. Ich bin sehr gespannt, was noch die nächsten Tage oder zwei Wochen auf jeden Fall noch passieren wird. Und natürlich sorgt das auch durchaus dafür, dass vielleicht der Ärger bei Fans nochmal größer wird, wenn das Thema immer und immer wieder angerissen wird. Aber es gab jetzt eben ein Update von Sky plus eben auch diese Meldung aus Nordmazedonien. Deswegen wollte ich auch da gerne hier nochmal drüber sprechen. Wir haben ja hier auch schon genug darüber diskutiert, inwiefern Sholinov Schalke weiterhelfen kann oder eben auch nicht. Ich kann beide Meinungen verstehen. Ich persönlich würde ihn zu einem akzeptablen Preis günstige Laie mit anschließender Kaufoption holen. Ich würde es auf jeden Fall machen. Aber es ist eben weiter nicht abzusehen, ob und wann das wirklich dann auch passieren könnte. Und da haben wir aber auch noch ein neues interessantes Transfergerücht rund um Matusz Kmet. Und das finde ich ist wirklich sehr interessant. Denn Matusz Kmet ist ein slowakischer Rechtsverteidiger, der nach Aussagen seines Beraters Richard Cech hoch auf der Beobachtungsliste von Schalke stehen soll. Denn Vertreter von Schalke haben den Spieler auch bereits vor Ort beobachtet. Und laut Tschech, sprich seinem Berater, hat neben Schalke auch Feyenoord Rotterdam Interesse an dem Spieler bekundet. Konkrete Angebote gibt es bislang aber wohl noch nicht. Aber Schalke habe wohl bei Kmet vorgefühlt und durchaus Interesse signalisiert am slowakischen Rechtsverteidiger. Und sein Berater wiederum habe ihn auch im Herbst bei mehreren europäischen Vereinen angeboten, von denen er sich eben auch einfach versprach, dass diese junge Spieler entwickeln können. Schalke ist sicherlich auch da ein durchaus passender Verein, um Matusz Kmet den nächsten Karriereschritt zu ermöglichen. Und wiederum der Verein habe dem Berater bestätigt, das ist der Verein AS Trenschien, dass es einen Austausch mit Schalke gegeben habe. Und das ist auf jeden Fall durchaus interessant, denn aus seinem Berater hat er bestätigt, dass es auf Schalke wiederum hieße, dass Kmet auf jeden Fall ganz oben auf der Liste stehen würde. Und das ist auf jeden Fall ein Gerücht, was auch durchaus ins Raster passt. Denn bereits vor einigen Wochen, Ende Dezember, gab es ja bereits einen Medienbericht, dass Schalke einen Wunschspieler hat aus der Slowakei. Man müsste ihn allerdings kaufen, er wäre womöglich ein Ticken zu teuer. Und man verhandelt eben dann aktuell mit seinem Verein. Und Matusz Kmet ist aus der Slowakei. Er spielt in der Slowakei für AS Trenschien in der ersten Liga, hat einen Marktwert von 550.000 Euro. Und auch wenn er natürlich auf den ersten Blick nicht ganz so hoch wirkt, ist es ein hoher Marktwert für uns, wenn man eben dann eine Ablöse direkt zahlen muss und keine Laie mit Kaufoption aushandeln könnte. Aber ich finde den Namen Matusz Kmet unglaublich interessant. Denn Kmet ist 23 Jahre alt, stammt eben aus der Slowakei, hat in der aktuellen Saison in der ersten slowakischen Liga in allen 18 Ligaspielen auf dem Platz gestanden. Er hat keine einzige Sekunde verpasst. Er hat immer von Minute 1 bis Minute 90 durchgespielt und beeindruckende Scorer-Werte. 18 Spiele, ein Tor geschossen, 9 Tore vorbereitet und das teilweise sogar als rechter Verteidiger einer Viererkette. Also sein Verein spielt auch ab und an mal mit einer Dreierkette, wo vor allem eben auch dann der Rechtsverteidiger mit Kmet offensiv agieren kann. Oftmals aber eben auch in einer Viererkette und damit passt er natürlich perfekt in das Profil, was er eben Schalke sich auch für diese Position erhofft. Er ist offensiv sehr, sehr stark, kann auch unglaublich gut im Gegenpressing funktionieren, bringt ein gutes Tempo mit dem Drang nach vorne, aber hat eben auch die Disziplin vernünftig zu verteidigen. Die einzige Frage, die man eben dann hier noch hat, ist die finanzielle Machbarkeit. Denn weil er eben Stammspieler ist, weil er einen langfristigen Vertrag hat, müsste man ihn sicherlich daraus rauskaufen. Klar gäbe es auch Optionen und Wege, eine Laie mit Kaufoption, Kaufpflicht auszuhandeln. Da müsste aber eben auch Trenschien mitmachen. Was auf jeden Fall bei ihm interessant ist, er wurde jetzt auch mal von der Slowakei für die Nationalmannschaft nominiert. Er hat zwar nicht gespielt, aber natürlich könnte auch für ihn ein Wechsel in eine europäische Top-Liga, auch wenn es nur die zweite Bundesliga ist, interessant sein, um möglicherweise noch auf den EM-Zug aufspringen zu können. Also auch da gibt es durchaus Argumente für einen möglichen Winterwechsel und ich finde ihn auf jeden Fall interessant. Er kann sowohl Rechtsverteidiger spielen, rechter Schienenspieler spielen, aber auch rechter Flügel spielen. Er hat mit seinen 23 Jahren auf jeden Fall auch noch weiteres Potenzial und das passt auf jeden Fall ganz gut. Passend dazu hat Dirk Große-Schlamann von Sky auch gestern nochmal im Podcast bei 1000 Freunde verraten, dass eben Karel Gerrads auch nochmal betont hat, ungern Spieler aus der ersten Liga holen zu wollen, die bei den Vereinen nur auf der Bank sitzen, weil sie eben Schalke womöglich nicht sofort weiterhelfen können. Er will lieber top-fitte Spieler haben. Gut, dann würde natürlich auch ein Daku Shodinov nicht perfekt ins Profil passen, aber Gerrads möchte lieber Spieler haben, die regelmäßig auf dem Platz stehen und auch das passt eben zu Matusch Kmet. Ich bin sehr gespannt, ob wir zu dem Namen in den nächsten Tagen nochmal mehr hören werden. Es ist auf jeden Fall ein Spieler, der genau zu dem passt, was sich Schalke erhofft, was Schalke gerne für die Positionen haben will. Er hat Potenzial für mehr, hat schon gezeigt, was er kann. Also rein von dem, was man jetzt hört, was man lesen kann und viel mehr können wir natürlich auch als Fans jetzt nicht zwingend tun, hört sich das, finde ich, auf jeden Fall schon mal echt interessant an. Und deswegen interessiert mich auch eure Meinung zu dem Transfergerücht rund um Matusch Kmet, aber natürlich auch eure Meinung zu Shodinov, zu Kuzuki, zu Seguin und dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. Wie gesagt, heute Mittag ist auch noch die Pressekonferenz mit Karel Gerrads um 13.30 Uhr. Danach gibt es dann auch auf Schalke Inside Clips meine Vorschau auf das Spiel gegen den HSV. Und somit kann ich hier nur noch sagen, macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.